Alle wollen auf ein Schiff. Die Versenkung der Wilhelm Gustloff. Spätabends am Dienstag, dem 30. Januar, war der improvisierte Lazarettzug aus Rauschen mit dem jungen Feldunterarzt und dessen Familie auf ein Abstellgleis am Seedienstbahnhof in Pillau rangiert worden. Ein Schneesturm hielt sie in den Waggons fest. Erst am nächsten Morgen wagte sich Peter Siegel hinaus. Er stapfte über die verwehten Gleise zum Bahnhofsgebäude. Schon von Weitem konnte er dahinter die Menschenmassen sehen, die bis zur Pier hinunter eine dichte Mauer bildeten. Er umging die Menge und näherte sich dem Russendamm, an dem die Umrisse großer Schiffe in den Winterhimmel raken. In die Meteor, ein 3700 BRT-Lazarettschiff, werden gerade Verwundete aus einem anderen Lazarettzug verladen. Zwei der Stabsärzte, die seinem Zug vorausgefahren waren, stehen dort herum. Wir sind die Nächsten, ruft ihm einer der beiden zu. Sie werden sich jetzt wohl nach ihrer Einheit umsehen müssen. Siegel versteht, die beiden sind nicht gewillt, ihn herauszuschwindeln. Aber sie lassen sich dazu herbei, ihm wenigstens einen Marschbefehl nach Gotenhafen auszustellen, wohin wahrscheinlich sein Neidenburger Lazarett gelangt ist, wenn es dem Russen nach Norden davongekommen ist. Siegel macht sich auf der Suche nach einem Schiff, das sie nach Gotenhafen mitnimmt. Soweit er sehen kann, liegt Frachtschiff an Frachtschiff. Beide Häfenpillaus sind bis auf den letzten Platz belegt. Die Seetransportabteilung der Kriegsmarine hatte sämtlichen verfügbaren Schiffsraum der Nachschubflotte in den kleinen Hafen in Marsch gesetzt. Außerdem 13882 BRT verwundeten Transporter Monte Rosa und dem Lazarettschiff Meteor lagen an diesem Tag in Pillau die Göttingen, 6200 BRT, MS Gotenland, 5266 BRT, Irene Oldendorf, Eberhard, Essberger, Fangturm, das Schulschiff, Oktant, das Schulschiff Nautik und viele kleinere Einheiten. Peter Siegel bahnte sich seinen Weg durch die Menschenmassen. An der Göttingen drängten sich die Menschen nicht nur über die Landgänge auf das Schiff. Mit dem Ladegeschirr hatte der Steuermann Paletten heruntergelassen, mit denen Kinderwagen, alte Leute und Gepäck an Bord gehievt wurden. Daneben lag die Gotenland, an der es ähnlich zuging. Das Schiff hatte am Tag zuvor noch in der Schichauwerft in Danzig zur Reparatur gelegen, weil ihm Bombentreffer vor Liebau Teile des Decks weggerissen hatten. Die Gotenland war, gegen den Protest von Kapitän Vollmers, von der Kriegsmariendienststelle Danzig ohne Ankergeschirr, ohne Winden auf dem Vorderdeck und ohne Back auf die Reise geschickt worden. An der Irene Oldendorf luden Hitlerjungen Artillerie-Munitionen aus. Sie machten einen vollkommen erschöpften Eindruck. Peter Siegel erfuhr, dass sie in einem Zehntagesmarsch von einem Wehrertüchtigungslager in der Nähe Elbings über das Hafeis nach Pillau gekommen waren. Sie hatten sich auf dem Schiff schon Plätze reserviert. Aber erst mussten sie die Munition löschen. Dann sollten sie den vielen Frauen und Kindern an Bord helfen, die hinter einer Absperrung geduldig und halb erfroren warteten. An einem anderen Schiff vorbeigehend sah er, wie ein Fallreb brach. Das Bild einer alten Frau prägte sich ihm für immer ein. Mit vollkommen ausdruckslosem Gesicht stürzte sie senkrecht ab. Dabei blähten sich ihre vielen Röcke wie ein Ballon und bremsten den Fall. Ohne einen Laut schlug sie auf das Wasser. Im gleichen Augenblick sprang ihr ein Mann von der Besatzung nach und holte sie mit Hilfe seiner Kollegen an Bord wieder heraus. Es ging nicht immer so glimpflich ab. Vor allem nachts sind bei dem rücksichtslosen Gedränge an der Vorderkante der Pier stehende Frauen und Kinder ins Wasser gestoßen worden und ertrunken. Noch ehe ihnen jemand hätte helfen können. Je weiter er sich vom Vorderhafen entfernte und dem Hinterhafen näherte, desto mehr lichteten sich die Menschenmassen. Nach einer Wegstunde waren es nur noch kleine Gruppen und er sah, wie Omnibusse der Stadt Flüchtlinge heranbrachten. An einem Kriegsschiff mit sehr ungewöhnlichen Aufbauten und einem Antennenwald über der Brücke erwischte er den ersten Offizier und hatte Glück. Er konnte nach Gotenhafen. Seine Familie von dort weiter nach Kiel mitfahren. Es war das bisher vor Norwegen stationierte Nachtjagdleitschiff Togo. Eine Stunde später waren Peter Siegel und seine Angehörigen an Bord. Sie bekamen eine Kajüte mit vier Kojen und einer Waschgelegenheit. Außerdem konnten sie an der Bordverpflegung teilnehmen, wenn auch aus der Weiterfahrt nach Kiel später nichts wurde. Sie hatten es auf der Strecke Pillau-Gotenhafen besser als die meisten anderen. Als die Togo bei Einbruch der Dunkelheit ablegte, folgte ihr der Dampfer Göttingen, der über Hela nach Swinemünde laufen sollte. Die Göttingen trug etwa 5000 Menschen, meist Frauen und Kinder. In den tiefen Laderäumen, die nur spärlich mit Stroh ausgelegt waren, saßen und lagen die Menschen dicht aneinander. Ohne Heizung, ohne Wasser. Als Toiletten dienten Eimer, die Matrosen hin und wieder an Tauen nach oben zogen. Der Gestank war fast noch schlimmer als der Hunger, der bald einsetzte. Außer den geringen Vorräten für die Besatzung befanden sich an Bord keinerlei Lebensmittel. Was sie entbehren konnten, verteilten die Seeleute an Schwangere und Mütter mit Kindern. Immer wieder wurden sie dabei vom Soldaten bedrängt, die Gewehre, Pistolen, Tabak, Schmuck gegen Essen eintauschen wollten. Am schlimmsten erging es den Verwundeten, von denen einige Hundert mit Schiffs in einem Befehlslazarett lagen. Ein Stabsarzt des Heeres mühte sich vergebens um ihre Betreuung und Versorgung. Er hatte nur einen kleinen Karton Pillen, keine medizinischen Bestecke, kein Verbandsmaterial, keine Desinfektionsmittel. Die Fahrt dauerte nur drei Tage, aber sie kostete einem Dutzend alter Leute und Säugling und zehn Verwundeten das Leben. Den Platz der Göttingen am Russendamm und der Togo im Hinterhafen nahmen innerhalb kurzer Zeit zwei andere Schiffe ein. Die Behörden vermuteten, dass zu diesem Zeitpunkt 60.000 Flüchtlinge auf den Abtransport warteten. Und wie viele die Schiffe auch mitnehmen mochten, wie viele auch mit den drei Fähren über das Seetief auf die Näherung übersetzten, um zu Fuß weiterzugehen, der große Zustrom hielt die Zahl konstant. Die Fähren über das Seetief waren in beiden Richtungen überfüllt, seit die Leute vom Hafeis in Neutief eintrafen. Im Pillauer Rathaus saß Stadtbürodirektor Hugo Kaftan an seinem Schreibtisch und zerriss die Anweisung, die er von Marine Oberstabsintendant Plautsch erhalten hatte. Mindestbelegung der Wohnungen mit Flüchtlingen in zwei Zimmer acht Personen, in drei Zimmer zwölf Personen, in vier Zimmer 18 Personen und in fünf Zimmer 24 Personen. Das war vor zwei Tagen vielleicht noch gut gewesen. Jetzt schliefen die Leute schon auf den Korridoren und in den Keller. In Kaftans vier Zimmer Wohnung hausten 50 fremde Leute und er ging schon gar nicht mehr nach Hause. Vor einer Stunde hatte er die Insassen des Altersheims Fischhausen aufgelesen, die in der Stadt umhergeirrt waren. Sie warteten jetzt im Rathauskeller darauf, dass sie jemand ins Neuhäuser Altersheim bringen würde. Das Feldtelefon schnarchte. Polizeigeneral und SS-Brigadeführer Hellwig meldete sich. Kaftan kannte ihn als einen von Kochs Busenfreunden. Er erwartete nichts Gutes, aber er wurde doch blass, als die Stimme losbrüllte. Ich scheiße sie an, sie verflüchteter Scheißsack. Wenn sie mir bis 14 Uhr kein anständiges Quartier besorgen, schmeiße ich sie raus. Verlassen sie sich drauf. Sie sollen mich kennenlernen. Kaftan sagte nur, jawohl, Herr General und legte auf. Das hatte er nun davon. Am Vortag hatte er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Quartier für die sieben Offiziere Hellwigs, ein Dienstzimmer, zwei Arbeitszimmer und ein Zimmer für die Stenotypistinnen zu besorgen. Schließlich hatte er die Bagage im Gasthof Schiffler untergebracht. Sollten sie sich doch mal in den Flüchtlingsquartieren umsehen. Kaftan kümmerte sich nicht um die Beschwerde. Seit einigen Tagen gab es in Pillau mehr Generale als Gefreite. Das Oberkommando der Heeresgruppe Nord, das Oberkommando der aus dem Samenland verdrängten Dritten Panzerarmee mit allen ihren Stäben aus dem Kurland abgezogene Dienststellen, Auffangstäbe und dazu die Königsberger Parteispitze. Letztere wagte sich nicht weiter, solange Gauleiter Koch noch wie die Katze vor dem Mauseloch in Neutief saß. Es gab allein drei Beauftragte des Reichsverteidigungskommissars für Flüchtlingsfragen. Der wichtigste hatte im goldenen Anker an der Pier des Vorderhafens seine Zelte aufgeschlagen. Dr. Zuba, ein berüchtigter Intimus des Gauleiters, dem ein Gebietskommissar Bauer und eine Menge anderer Goldfasane zur Seite standen. Zuba war das Sprachrohr des Gauleiters in Pillau. Über die Kreisleitung dirigierte er die Rekrutierung und den Einsatz des Volksturms und ließ Schiffssacktön verteilen. Fregattenkapitän Branneis von der Marinekommandantur gab sämtlichen Flüchtlingsstellen einschließlich der Kreisleitung unter NSV die Namen der einlaufenden Schiffe und ihre Ladekapazität bekannt. Jedes dieser Büros stellte daraufhin Schiffskarten aus, ohne sich mit den anderen abzusprechen. Die wenigsten Flüchtlinge stellten sich jedoch nach diesen Karten an. Viele glaubten, sie müssten dafür bezahlen. Und im Gedränge an den Bollwerken war jeder froh, wenn er auf das nächstbeste Schiff kam. Dort fragte sowieso niemand nach diesen Eintrittskarten. Und bei der schnellen Schiffsfolge waren viele Schiffe beladen und schon wieder ausgelaufen, ehe die Schreibkräfte überhaupt Karten ausgestellt hatten. Die einzigen Stellen, mit denen Kaftan Verbindung hielt, waren die Kreisleitung und die NSV. Kreisleiter Grau war sein Schutzschild vor der Wehrmacht. Als ein Oberst die Stadtverwaltung anrief und verlangte, dass in sämtlichen Privathäusern Latrinen ausgehoben werden sollten, gab Kaftan den Befehl an die Kreisleitung weiter, die ohnehin nicht wusste, was sie mit den ständig wachsenden Volksturmeinheiten tun sollte. Die Stadt war am 31. Januar schon wieder zwei Tage ohne Wasser. Kurz nachdem die durch die Explosion auf Fort Stiele entstandenen Schäden beseitigt waren, war das E-Werk Peise ausgefallen. Nicht nur die Pumpen im Wasserwerk, sondern auch die in der Abwasseranlage waren stehen geblieben. Die Abwasser stauten sich zurück und in vielen Kellern, auch in denen einiger Lazarette, stand eine stinkende Brühe. Es gab in der ganzen Stadt kein funktionierendes Klosett mehr. Die Kothaufen in den Straßen wurden zur Plage. Zu Recht befürchtete die Wehrmacht den Ausbruch von Seuchen, sobald das Wetter wärmer würde. So wurden in den Gärten der Privathäuser und auf freien Plätzen einige hundert Latrinen ausgehoben. Der Kot auf den Straßen wurde davon allerdings nicht weniger. Es waren einfach zu viele Menschen in der Stadt. Kaftan war gerade dabei, im Rathaus zwei Räume für Mutter und Kind als Entbindungsstation herzurichten, als ein angetrunkener Polizeioffizier auf ihn zutrat. General Hellwig will sofort ein neues Quartier haben, sonst wird es für sie sehr ungemütlich. Er konnte sich kaum aufrechthalten. Kaftan behielt die Fassung. Selbstverständlich, Herr Hauptmann. Ich bringe Sie selbst hin. Eine Stunde zuvor hatte der neue Heereskommandant der Festung Pillau, Generalleutnant Ansett, ein Rundschreiben herausgegeben. Der Herr Oberbefehlshaber der dritten Panzerarmee hat mich mit Quartierangelegenheiten innerhalb des Festungsbereiches Pillau beauftragt. Dazu habe ich eingesetzt. Oberst Pfeiffer als Leiter des Quartieramtes Pillau. Horst-Wessel-Allee 12. Der Stadtbüro-Direktor führte den abgesandten Hellwigs in die Horst-Wessel-Allee und bat eine Ordonanz, den Herrn Hauptmann bei Oberst Pfeiffer anzumelden. Danach hörte Kaftan nichts mehr von Hellwig. Der Oberbefehlshaber der dritten Panzerarmee, Generaloberst Raus, erwies sich als ein Wohltäter, ohne dass Kaftan oder die vielen tausend Flüchtlinge je davon erfuhren. Als die Russen in den letzten Januartagen ans Haff und an das Fischhausener Wieg vorgestoßen waren, war auch im Sperrwaffenarsenal Peise heftiges Maschinengewehr und Gewehrfeuer zu hören. Kapitän Puhlmann rief den Seekommandanten Kapitän Jerchel an und wollte wissen, wie er sich verhalten sollte. Handeln Sie nach eigenem Ermessen, trug ihm Kapitän Jerchel auf. Kapitän Puhlmann beschloss, das Sperrwaffenarsenal in die Luft zu jagen. Nach dem Einrichten der Zündungen sollte sich das Personal nach Pillau absetzen. Die entsprechenden Befehle waren erteilt. Als Kapitän Jerchel anrief, sprengen Sie noch nicht, was die Sprengung angeht, unterstehen Sie ab sofort der dritten Panzerarmee und Generaloberst Raus. Puhlmann ließ die Zünder wieder unterbrechen. Kurz darauf meldete sich Oberst Ludendorff und wollte wissen, welche Auswirkungen die Sprengung auf das benachbarte Kraftwerk Peise, die Orte Fischhausen und Pillau sowie auf das Eis des frischen Hafs haben würde. Bei der Kriegsmarine war niemand auf den Gedanken gekommen, diese naheliegenden Fragen zu stellen. Kapitän Puhlmann konnte keine klare Auskunft geben. Ich und mein Personal haben keine Erfahrung mit der Sprengung so großer Bestände, zumal die Sprengauswirkung von vielen Faktoren, Wind, Lage, Bodenbeschaffenheit und so weiter abhängt. Oberst Ludendorff befahl, die Sprengung auszusetzen und einen direkten Befehl von Generaloberst Raus abzuwarten. Der General hat den Befehl nie gegeben. Ein Teil des Arsenals wurde geräumt und diente Flüchtlingen als Unterkunft. Der Rest an Minen und Torpedos fiel später den Russen in die Hände. Möglicherweise hätte die Druckwelle, die Eisdecke nicht gebrochen, aber sicher hätten sie die herumfliegenden Trümmern auf die riesigen Menschenansammlungen in der Umgebung eine verheerende Wirkung gehabt. Zur gleichen Zeit erging der Befehl eines anderen Generalobersten, denen das Los der Flüchtlinge offenbar weniger kümmerte. Der neue Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, Generaloberst Rendulik, verfügte aus seinem Hauptquartier in Neuhäuser. Kein Mann, der in irgendeiner Form zur Verteidigung Ostpreußens beitragen kann, verlässt den Bereich der Heeresgruppe. Stadtbürodirektor Kaftan hatte schon angefangen, sich über seinen eigenen Rückzug Gedanken zu machen. Aber nun saß er fest. Eine Ausreisegenehmigung würde er nicht bekommen, solange Gauleiter Koch noch sicher in seinem Bunker in Neutief saß und in Pillau die Parteiprominenz, die Endverteidigung praktizierte. Hugo Kaftan spürte das Verlangen in der Ilzke-Falle am Hinterhafen einzuhaben, aber bei den Menschenmassen war das unmöglich. So ging er zu Karl Fischer, der im goldenen Anker seine NSV-Dienststelle hatte und der nun ebenfalls in der Klemme saß. Und wo Karl Fischer war, da war auch Korn. Den Korn bekam er, aber der NSV-Mann war nicht zum Trübsalblasen aufgelegt. Nicht nur, weil er Hugo Kaftan um eine halbe Flasche Schnaps voraus war, sondern auch, weil er gute Nachricht hatte. Ein ganzer Kahn voller Lebensmittel für seine NSV-Küchen war eingetroffen. Seine einzige Sorge war, wie er die Schätze vom Anlegeplatz an der Ostsee in sein Lager bekommen könne. Ihr habt doch jede Menge Fahrzeuge in eurem Fuhrpark, Hugo. Hugo machte ein bedenkliches Gesicht. Wenn dir das Wasserstraßenamt einen Schlepper gibt, kannst du es direkt herüberbringen. Und mit dem Handwagen durch die vielen Leute ziehen? Da brauchen wir ja gar nicht erst anzufangen. Kaftan sah das ein, aber zierte sich noch immer. Der Kaukerwagen hat einen Riss im Zylinderblock. Höchstens die Zugmaschine. Eine Stunde später waren sechs Volkssturmleute mit dem Traktor und einem gummibereiften Anhänger zum Hinterhafen unterwegs, um Dr. Ostermeyers Kahn zu entladen. Im Grund war der Königsberger Lebensmittelhändler froh gewesen, den Kahn in der Fischfabrik Ostsee endlich loszuwerden. Der Eisbrecher, der sie durch den Seekanal geschleppt hatte, hatte sie im Vorderhafen einfach abgehängt. Hilflos hatten sie an der Anlegestelle der Dickschiffe getrieben und es war schon fast dunkel geworden, als sich ihnen eine riesige Bordwand näherte. Von der Brücke des Dampfers war der Kahn offenbar nicht zu sehen. An der Pier erhob sich ein Riesengeschrei und machte die Besatzung im letzten Moment auf den Kahn aufmerksam. Ostermeyer und seine Leute stachten noch immer wie gelähmt auf die Eisenwand, die fast über ihnen reichen war. Als an der Reling ein Kopf auftauchte. Was wollt ihr da mit eurem Äppelkahn? Dann ergoss sich eine fürchterliche Schimpfkanonade über sie, ehe ein Schlepper sie auf den Haken nahm und auf die andere Seite des Hafens brachte. Am nächsten Morgen erlebte der Lebensmittelhändler eine nächste Enttäuschung. Er hatte erwartet, die Lebensmittel zur Sicherstellung nach Gotenhafen bringen zu dürfen. Aber die Beamten der Kreisbauernschaft waren anderer Ansicht und vereinnahmten die Ladung für die Verpflegung der Flüchtlinge. Mit einem Bündel Warenbegleitpapiere stapfte Ostermeyer durch den Schnee zur Fischkonservenfabrik Ostsee. Dort traf er zwei Oberlandwirtschaftsräte, die zur Dienststelle Zuba gehörten und für die Verpflegung innerhalb des Festungsbereichs zuständig waren. Die Herren saßen bei einem opulenten Frühstück und waren sehr freundlich. Nein, mit der Flüchtlingsverpflegung hatten sie nichts zu tun. Das machte der Herr Fischer von der NSV. Aber die Übergabe der Waren würden sie ihm für das Landwirtschaftsamt Königsberg gern bescheinigen. Deprimiert kam Dr. Ostermeyer abends an seinen Kahn zurück, nachdem er sämtliche weiteren Formalitäten erledigt und erfahren hatte, dass es sinnlos war, sich nach Schiffskarten anzustellen. Genauso sinnlos schien es ihm, sich in diesen wahnwitzigen Menschenstrom einzureihen und vielleicht Tage zu warten, bis man auf ein Schiff kam. Zu siebt saßen sie in der Kajüte des Kahns zusammen und berieten, was zu tun sei. Sie wollten nicht wie die anderen auf gut Glück drauf losgehen, aber warten, bis der Kahn leer war und sich dann nach Gotenhafen schleppen lassen, den Kahn stillschweigend irgendwo anhängen. Wenn es nicht so kalt wäre, wäre alles viel einfacher. Mitten in ihre Beratung platzte Herr Sonnabend von einer Königsberger Konkurrenzfirma. Dr. Ostermeyer hatte ihn aus reiner Menschenfreundlichkeit von Großholstein mitgenommen. Dafür ist Herr Sonnabend so dankbar, dass er extra herübergekommen ist, um ihnen zu sagen, dass am nächsten Vormittag vom Russendamm eine Flotille Minenräumboote ablegt und noch Platz ist. Dr. Ostermeyer glaubt das nicht so recht, denn er denkt an die vielen Flüchtlinge an der Pier. Die Sorge war unbegründet, denn die Boote lagen hinter einer Absperrung. Obersteuermann Heckel, Kommandant des Bootes 02, nimmt nicht nur die sieben der Gruppe, sondern noch sechs andere, die sich ihnen unterwegs angeschlossen haben, auf. Und er sagt auch nicht nein, als ihn die Königsberger zum Abendessen auf den Kahn einladen. Die Minenräumboote waren umgebaut, waren umgebaute 80 Tonnen Motorfischkutter mit je 16 Mann Besatzung. Sie hatten Anweisung, je 50 bis 70 Flüchtlinge mitzunehmen. Als Obersteuermann Heckel am nächsten Vormittag von der Hafenkommandantur zurücklief, kam er an einer Gruppe von vier bildhübschen jungen Mädchen vorbei. Eine von ihnen, eine kesse Blondine, sprach ihn an. Herr Kapitän, könnten Sie uns nicht helfen, von hier wegzukommen, wenn wir uns vordrängen? Lünchen die anderen uns doch. Heckel sagte schnell, kommen Sie einzeln im Abstand von 10 bis 15 Minuten dort zu dem grauen Schuppen. Stellen Sie sich nicht zu viert zusammen. Das fällt auf. Einzeln hole ich sie dann über verschiedene Wege an Bord. Dann ging er weiter, als hätten sie ihn nur nach der Uhrzeit gefragt. Eine Stunde später waren die vier Mädchen an Bord, der 02. Sehr zur Freude der Besatzung. 13 Uhr 25 laufen die Minenräumer, es sind neun Boote, durch das See tief aus. Im schweren Seegang kommen sie nur langsam voran. Die Landratten an Bord sind fast alle seekrank. 21 Uhr 35 machen die Boote im Hafenbecken 1 in Gotenhafen fest. In den letzten beiden Tagen des Januar machte der Seegang vor allem den kleineren Schiffen schwer zu schaffen, sobald sie das offene Wasser erreichten. Ein Pram, der 3,7 Zentimeter Geschützrohre geladen hatte, auf denen Hunderte von Flüchtlingen saßen, passierte gerade den Leuchtturm an der Nordermode. Als jemand schrie, hier kommt ja Wasser rein. Der Kahn hatte ein Leck und der Raum zwischen den Geschützrohren begann sich allmählich mit Wasser zu füllen. Im Laderaum brach eine Panik aus. Die Menschen schrien und trampelten aufeinander herum, während sie versuchten, den Deckel der Ladeluke von innen aufzustoßen. Die Seeleute zögerten, den Deckel von außen zu öffnen, weil das Schiff zu tief im Wasser lag und ständig Wasser übernahm. Endlich hoben sie mehrere der Planken heraus und ließen die Leute auf das Deck. Mehrere gingen dabei über Bord. Zwei konnten schwimmend gerettet werden. Die anderen versanken. Im Laderaum saß noch Frau Pfeiffer, die vor einigen Tagen aus der Gegend von Heiligenberg mit ihren beiden Kindern aufgebrochen war. Über das Hafeis und das Seetief hatten sie Pillau erreicht. Sie hatten sehr lange angestanden und es war ihr in letzter Minute gelungen, das Gepäck und die beiden Kinder auf einen ablegenden Dampfer zu schieben. Dann erhielt sie von einem Matrosen einen Stoß vor die Brust, dass sie in die Menge zurückfiel, während das Schiff sich Meter um Meter mit ihren brüllenden Kindern von der Pier entfernte. Ihr warst leichtgültig, ob der Kahn unterging. Sie glaubte, dass sie ihre Kinder nie wiedersehen würde. Automatisch erhob sie sich, als das Wasser ihre Schenkel erreichte und hielt sich an einem Leitungsrohr fest. Dann zog sie ein Mann auf das Deck. Die Matrosen spannten vom Bug zum Heck Taue, damit nicht noch mehr Leute von den ständig überkommenen Wellen über Bord gerissen wurden. Ein vom Kapitän herbeigerufenes Rettungsboot konnte wegen des Seeganges nicht anlegen. Dem Kapitän blieb nichts anderes übrig, als zu versuchen, wieder nach Pillau zurückzukehren. Im ruhigen Wasser des Seetiefs, kurz vor dem Hafen, konnte dann ein Rettungsboot die Flüchtlinge übernehmen. Der Kahn verholte an der Mole und wurde dort leer gepumpt. Seeleute brachten zwei ertrunkene Frauen, die man noch aufgefischt hatte, an Land. Sie wurden auf dem Friedhof Pillau 1 beigesetzt. Dort wurde der Platz schon knapp, seit auch die Opfer der Explosion auf Fort Stiele in Pillau 1 bestattet worden waren. Stadtbürodirektor Kaftan hatte sich mit dem Heeresgräberoffizier in Verbindung gesetzt und mit ihm vereinbart, einen Platz für einen neuen großen Friedhof zu suchen. Aus den verwundeten Transporten wurden ständig Soldaten ausgeladen, die ihren Verletzungen erlegen waren. Und jeden Tag starb ein Dutzend Flüchtlinge. Allein für die Zeit vom 1. Januar 45 bis 31. März 45 wurden im Personenstandsregister der Seestadt Pillau 1.563 Sterbefälle von Zivilpersonen beurkundet. Am 31. Januar hörte Hugo Kaftan, dass vor Gotenhafen das KDF-Schiff Wilhelm Gustloff von vier Torpedos getroffen worden und gesunken sei. Am 2. Februar brachten Einheiten der Kriegsmarine 128 Opfer der Katastrophe nach Pillau. Das Gerücht vom Untergang des Schiffes machte unter den Flüchtlingen die Runde. Trotzdem ließ der Sturm auf die noch im immer zahlreich einlaufenden Schiffe nicht nach, wenn auch manche, die eine gute Unterkunft gefunden hatten, es daraufhin vorzogen, Pillau nicht zu verlassen. Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe wurde damals nicht bekannt und bald verstummten auch die Gerüchte. Wien-Pillau hatten auch in den Häfen Danzig-Neufahrwasser und Gotenhafen tausende von Flüchtlingen auf ein Schiff gewartet. Wien-Pillau hatte in Gotenhafen die Wohnschiffe der U-Boot-Leute den Anfang gemacht. Das ehemalige KDF-Schiff Wilhelm Gustloff, 25.848 BRT und die Hansa, 21.232 BRT. Die Beladung der Hansa verzögerte sich und später brach auch noch das Hauptdampfrohr, sodass sie der Wilhelm Gustloff erst mit einem Tag Verspätung folgen konnte. Am frühen Nachmittag des 30. Januar warf die Wilhelm Gustloff die Leinen an. An Bord befanden sich die Angehörigen der 2. U-Boot-Lehrdivision, Marinehelferinnen und eine große Zahl von Flüchtlingen aus Gotenhafen und Danzig. Anders als in Pillau war die Aktivierung der Schiffe nicht von langer Hand vorbereitet gewesen. Dazu hatte man sich in Gotenhafen zu sicher gefühlt. Auch war das Einvernehmen zwischen der zivilen und der militärischen Schiffsführung nicht das Beste. Schon beim Auslaufen gab es Unstimmigkeiten darüber, ob die Rettungsboote in den Davids ausgeschwenkt werden sollten oder nicht. Die zivile Besatzung machte nicht mit und die Boote blieben in ihren Halterungen. Gegen 19 Uhr umrundete die Wilhelm Gustloff die Spitze der Halbinsel Heeler. Einziger Geleitschutz war das Torpedoboot Löwe. Bei Windstärke 5 und Seegang 4 trieben Schneeschauer über die See. Wegen der starken achterlichen See und zunehmender Vereinigung der Aufbauten konnte die Löwe nicht auf Zickzackkurs gehen, wie es eigentlich vorgeschrieben war. Auch die Wilhelm Gustloff behielt einen geradlinigen Kurs bei, weil Kapitän Petersen den bombengeschädigten, maschinenschwachen Schiff diese Belastung nicht zutraute. Deshalb wollte er auch nicht schneller als zwölf Knoten fahren. Feindliche U-Boote waren in diesem Seeraum nicht gemeldet, aber sie waren da. Gegen 19 Uhr hatte sich das sowjetische U-Boot S-13 dem Bereich des Leuchtturms Heeler von Osten genähert. Sein Kommandant, Korvettenkapitän Alexander Marinesko, fluchte. Es war ihm wegen der starken See unmöglich, das Boot auf Seerohrtiefe zu halten. Entweder nahm ihm der Wellengang die Sicht oder der Turm schoss aus dem Wasser. Die Faschisten konnten sich keine bessere Zielscheibe wünschen. Marinesko beschloss, alles auf eine Karte zu setzen. Vorfluten, befahl er. Langsam hob sich der Turm aus dem Wasser. Zusammen mit seinem Signalgast stieg Marinesko durch das Turmlug nach draußen. Die Wellenkämme reichten bis dicht unter das Schanzkleid und immer wieder spritzte Gischt über sie hinweg. Allmählich bildete sich auf der Brüstung und ihrer Kleidung eine feine Eisschicht. Lange würden sie so nicht fahren können, ohne abzusaufen. Marinesko war einer der sowjetischen U-Boot-Kommandanten, die schon seit Kriegsbeginn ein Boot befehligten. 1942 und 43 hatte er vor der baltischen Küste die deutschen Frachter Siegfried und Helene versenkt. Verbissen starrten die beiden Männer in das fahle Dunkel und dann sahen sie, worauf sie gewartet hatten. Steuerbord voraus der plumpe Umriss eines großen Passagierschiffs. Marinesko änderte seinen Kurs und näherte sich dem Schiff mit erhöhter Geschwindigkeit. Er musste parallel und etwas voraus zu seiner Beute sein, ehe er angreifen konnte. Tauchen durften sie erst, wenn sie in Schussposition waren. Die nächsten beiden Stunden wechselten sich die zwei Männer auf dem Turm ab. Alle 20 Minuten stieg einer hinunter, um sich aufzuwärmen. 21 Uhr 8. Hatten sie den Angriffspunkt erreicht. Der Bug der Wilhelm Gustloff schob sich langsam in den Vorhaltewinkel des Torpedo-Zielgerätes. Zischend verließen die Torpedos in einem Viererfächer die Rohre. Dann drei dumpfe Explosionen. Sie hatten getroffen. Zugleich kam von vorn der Ruf, Torpedo 4 noch im Rohr. Marinesko tauchte weg und war die nächste halbe Stunde damit beschäftigt, den verklemmten Torpedo ins Boot zu ziehen, ehe er krepierte. Auf der Wilhelm Gustloff hatten die Explosionen eine Panik ausgelöst. Das Schiff hatte sofort 5 Grad Backbord Schlagseite und neigte sich langsam weiter auf 15 Grad, wo es etwa 20 Minuten verharrte. Die Boote auf der Steuerbordseite konnten nicht zu Wasser gelassen werden. Auf der Backbordseite waren einige Davids festgefroren. Einige Boote wurden zu früh ausgeklingt und stürzten ins Meer. Andere schlugen beim Aufsetzen auf das Wasser um, weil sie überladen waren. Auf dem Oberdeck wurde um die Rettungsflöße gekämpft. An sämtlichen Aufgängen gab es Schlägereien, Schüsse fielen. Als das Schiff nach 20 Minuten nicht weiter zu sinken schien, klang die Panik ab. Über die Schiffslautsprecher beschworen die Offiziere, die Leute Ruhe zu bewahren. Es seien Schiffe unterwegs zu ihrer Hilfe. Mancher verkroch sich daraufhin wieder im Inneren des Schiffes. Schon um wenigstens der beißenden Kälte zu entgehen. Andere suchten sich Absprungplätze auf der Steuerbordseite. Wieder andere lagen ganz gottergeben auf dem Promenadendeck herum. Und ab und zu platschte einer ins eisige Wasser. Gegen 22 Uhr durchlief die Wilhelm Gustloff plötzlich ein starkes Zittern. Der Rumpf legte sich ganz zur Seite, sodass die Decks senkrecht ins Wasser tauchten. Überall drang Wasser ein und gurgelnd versank das Schiff innerhalb weniger Minuten. Hunderten gelang es noch, ins Wasser zu springen. Aber es dauerte nicht lang, bis sie erfroren und untergingen. Die herbeigeeilten Marineeinheiten retteten 937 Schiffbrüchige. Über 4.000 kamen um. Unerklärlich bleibt, wie einige der Geretteten überleben konnten. Der Dampfer Göttingen passierte von Pillau kommend die Unglücksstelle kurz vor Mitternacht und nahm noch 27 Überlebende auf, die über zweieinhalb Stunden bei minus 15 Grad und Seegang 3 bis 4 im Wasser verbracht hatten. Gegen 1 Uhr morgens passierte die Gotenland die von Trümmern übersäte Stelle und fischte aus hunderten treibender Leichen eine Frau und einen Obermart, die unter nassen Decken auf einem Floß überlebt hatten.